So und wie ich in diese Situation gekommen bin, dafür müssen wir zwölf Stunden zum spülen. Oh mein Gott Jungs, wir haben Birkenrinde gefunden, ja mega. So wir fangen jetzt an mit unserem Survival Bau. So, wir gehen jetzt auf den Nahrungssuch, hoffentlich finden wir was essbares. Vielleicht finden wir irgendwas leckeres. Oh geil, Pilze. Eindeutig Champignons, das erkenne ich, die werden wir jetzt zubereiten. Oh, da habe ich was gesehen. Eine eindeutige Wildzwiebel, die können wir auch essen. Sehr leucht, ne? Wir wollten den Nahrungssuch, das ist auch super. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Tschüss, tschüss. Moin, Meister. Moin.